Hallo, einmal getankt auf Karte, bitte. Welche Säule hatten Sie? Boah, keine Ahnung, irgendwo da vorne. Wie da vorne? Sie müssen doch wissen, wo Sie getankt haben. Ja, das schwarze Auto da vorne irgendwo. Komm, mach jetzt, ich hab's eilig. Sie sind an einer Autobahntankstelle mit 17 verschiedenen Säulen. Wie wär's, wenn Sie das nächste Mal einfach auf Ihre scheiß Nummer gucken? Dann geht's doch schneller, du Bast...